hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einem neuen video es geht hier in diesem video um drei ganz besondere akupressur punkte aber bevor ich euch diese drei akupressur punkte genauer erläutern werde ich werde es euch auch auf meiner massageliege dann vormachen wo diese akupressur punkte genau zu finden sind und werde dazu natürlich auch was erzählen möchte ich gern noch mal kurz einleitend paar worte zur akupressur an sich sagen und zwar ist das ein verfahren das aus der traditionellen chinesischen medizin kommt man kennt es auch unter dem begriff schiatsu es wird sowohl für körperliche missempfindungen oder auch erkrankungen angewandt aber auch für psychische leiden sozusagen das heißt wer jetzt beispielsweise einen gewissen hang zur depression hat oder wer gerade ein burnout durchmacht mit psychosomatischen empfindungsstörungen zum beispiel da kann akupressur wirklich wahnsinnig gut helfen bei migräne wird es eingesetzt rückenschmerzen bei verdauungsstörungen also die bandbreite wo akupressur zum einsatz kommt ist wirklich sehr sehr groß und ich zeige euch jetzt wie gesagt drei punkte die ihr einfach wissen solltet um euch auch selber mal zu helfen auch wenn ihr vielleicht im bus oder bahn sitzt oder abends im bett liegt und nicht einschlafen können weil ihr einfach so verspannt seid und kopfschmerzen habt das ist immer sehr sehr gut zu wissen ich werde euch auch gleich noch hier diese akupressur matte zeigen die kann ich euch gleich mal ins bild halten vielleicht kennt ihr die auch schon also ich finde diese akupressur matte wirklich sehr effektiv und ja es tut schon weh wenn man sich drauf legt mit dem rücken also man legt sich da tatsächlich mit dem ganzen rücken drauf es gibt dann auch noch ein kissen dazu das ist das hier es gibt aber auch akupressur matten wo man wirklich nur quasi die matte dann kauft und man legt sich wie gesagt mit dem rücken da drauf und diese kleinen ja schon fast nadel ähnlichen spitzen bohren sich dann quasi in den rücken rein mag erstmal brutal klingen es tut auch am anfang ziemlich weh aber das gefühl danach ist wirklich total erlösend entspannend und man fühlt sich beispielsweise wenn man einfach komplett verspannt ist vom arbeiten weil man viel am schreibtisch sitzt oder wenn man einfach unter chronischer migräne leidet oder aber auch verdauungsprobleme hat und so ein bisschen die darmperistaltik anregen kann da hilft diese akupressur matte einfach wahnsinnig gut natürlich auch noch bei vielen anderen beschwerden ich verlinke euch mal den shop wo ich diese matte her habe unten in der infobox ich habe natürlich darauf geachtet dass die matte die ich mir besorgt habe nachhaltig hergestellt wird es gibt auch viele akupressur matten wo es wirklich nur plastik ist und nicht wirklich sehr umweltkonform sozusagen verarbeitet wird hier sind kokosfasern enthalten also die matte besteht aus kokosfasern und es ist auch bio leinen quasi schaut euch einfach mal an wen es interessiert genau aber jetzt gleich zu den drei akupunktur druckpunkten ja der erste druckpunkt der heißt jen tang und der befindet sich eigentlich auf dem dritten auge das heißt zwischen den beiden augenbrauen enden an der inneren seite das heißt tatsächlich hier wo auch die inder ihren punkt quasi immer tragen das ist wie gesagt der punkt jen tang und er wirkt sehr regulierend auf den ganzen kopfbereich und den stirn und nasenbereich das heißt auch auf die nasennebenhöhlen auf den nacken generell geht das ganze runter bis zum schlüsselbein auch das lymphsystem befindet sich ja hier und insofern eignet sich die anwendung wirklich sehr sehr gut bei stirnkopfschmerzen oder bei diverse augenerkrankungen bei nasennebenhöhlenreizungen wie ich schon gesagt habe chronischen verspannungen im rückenbereich beziehungsweise im nackenbereich und aber auch bei schlafstörungen bei einschlafstörungen und bei nervösen unruhezuständen ihr könnt euch dazu einfach entspannt hinlegen so wie ich es hier mache und euch ihr könnt euch hier einfach entspannt hinlegen und euch bequem machen auch wenn ihr abends im bett liegt oder das ganze könnt ihr natürlich auch im sitzen machen und dazu nehmt ihr einfach eure beiden zeigefinger und legt den einen zeigefinger direkt auf den punkt also hier zwischen die beiden augenbrauen und drückt dann mit dem anderen finger quasi drauf das ganze solltet ihr mindestens 30 sekunden machen und maximal zwei minuten man kann diesen yin tang punkt auch mehrmals am tag drücken man sollte das auch in einer gewissen regelmäßigkeit durchführen dass man auch wirklich effekte erzielt aber die eigenen heilkräfte werden dadurch einfach aktiviert und die meridiane werden angeregt die eben durch diese punkte auch laufen das sind genau die meridiane die eben dazu braucht um die beschwerden die ihr habt zu lindern ja jetzt geht es weiter zum zweiten druckpunkt und zwar heißt der punkt der hegupunkt oder hegupoint und das ist eigentlich so der berühmteste punkt für menschen die wirklich unter chronischen schmerzen auch leiden die aber auch unter akuten schmerzzuständen leiden wie beispielsweise starke zahnschmerzen kopfschmerzen rückenschmerzen generell kann man den punkt einfach bei jeglicher art von schmerzen drücken und zwar befindet sich dieser punkt zwischen dem daumen gelenk und dem zeigefinger gelenk das heißt um diesen punkt zu finden legt einfach mal an der linken hand den daumen an den zeigefinger an und dann entsteht da so eine kleine wölbung und dann drückt ihr quasi mit dem daumen auf diese kleine wölbung drauf und mit dem zeigefinger von innen dagegen und dann haltet ihr diesen punkt ungefähr zwei minuten lang fest und drückt ihn und was auch gut zu wissen ist je stärker dieser hegupunkt wirklich auch weh tut desto mehr benötigt ihr quasi diesen meridian der dadurch fließt auch zu lockern und zu aktivieren das kann man auch im bus machen in der bahn machen zu hause am schreibtisch machen oder abends im bett machen je nachdem wann ihr es einfach braucht weil das ganz unspektakulär ist und jetzt zu dem nächsten punkt und zwar zu dem zu sein lieb punkt diesen punkt könnt ihr vielleicht im sommer auch im sitzen im bus durchführen aber im winter ist es jetzt doch schwieriger natürlich könnte es auch durch die kleidung durchmachen dieser punkt befindet sich nämlich in knienähe ja dieser punkt ist für den magen meridian zuständig aber der magen meridian versorgt natürlich auch noch ganz viele andere körperteile ihr findet den punkt in dem ihr einfach mit eurer flachen hand auf euer knie geht am besten mit der rechten hand aufs rechte knie mit der linken hand auf das linke knie und nun drückt ihr mit dem ringfinger quasi auf die haut und wir so ein bisschen mit dem unterschenkel auf und ab und jetzt müsstet ihr unter dem ringfinger einen muskel spüren und genau kurz oberhalb von diesem muskel liegt dieser zu san lieb punkt dieser zu san lieb punkt ist auch einer der bedeutendsten traditionellen chinesischen medizin akupressur punkte den sollte man tatsächlich auch kennen der ist gar nicht so leicht zu finden wenn man aber einmal weiß wo dieser punkt liegt dann ist es gar nicht mehr so schwer ihr könnt hier so ein bisschen euren finger rein drücken und so ein bisschen massieren ist es auch super gut wenn ihr so ein bisschen einfach mit dem unterschenkel wippt und laut erzählungen ist dieser punkt auch als three miles point bekannt weil soldaten die länger als drei meilen sozusagen laufen mussten diesen punkt auch immer wieder gedrückt haben und aktiviert haben und so ist dieser punkt auch bekannt als der punkt der langlebigkeit weil dieser punkt wirklich so einen weitgreifenden effekt auf den ganzen körper hat versucht das einfach mal aus und lasst mir auch gerne eure erfahrungen zur akupressur da gerne auch ob ihr schon erfahrungen mit diesen akupressur matten habt oder ob ihr auch faszienbälle zur akupressur nehmt da gibt es ja ganz viele verschiedene möglichkeiten ich freue mich natürlich auf den austausch und ich würde mich auch riesig darüber freuen wenn ihr mir noch ein abo da lasst und wir uns beim nächsten mal wiedersehen macht es gut passt auf euch auf bis dann